Die Hochschulen Mittelsachsens nehmen ihre soziale Verantwortung gegenüber Studenten und Mitarbeitern ebenso ernst. Sie bieten beste Voraussetzungen für das Studium mit Kind. Studentin Maria und ihre Tochter sind ein starkes Team. Die beiden profitieren von der idealen Betreuungssituation vor Ort. Für die junge Familie ist Mittelsachsen der optimale Lebensmittelpunkt. Die Wege zwischen Kindertagesstätte und Campus sind an der Hochschule Mittweider besonders kurz. Das Studium dort hat für die junge Mutter zwei entscheidende Vorteile. Der Kindergarten ist nur 500 Meter weit weg. Das ist sehr vorteilhaft für meine Kleine. So kann ich mich voll aufs Studium konzentrieren. Also sehr familienfreundlich. Der andere Punkt ist die individuelle Betreuung durch die Professoren. Dadurch fühle ich mich vollkommen wohl in meinem Studiengang und mir macht das Studium voll Spaß. Seit 145 Jahren wird an der Hochschule Mittweider gelehrt und geforscht. Eine praxisnahe Ausbildung und die Integration von Forschungsergebnissen in die regionale Wirtschaft sind Leitlinien der Hochschule. Ein Erfolg dieses Prinzips? Die Quote der Studienabbrecher ist die geringste in ganz Sachsen. Auch das ist ökonomische Nachhaltigkeit. Mittweida ist eine kleine Hochschule. Wir haben eine sehr enge Betreuung. Wir kennen unsere Studenten. Die Studenten kennen uns. Sie können eigentlich jederzeit zu uns kommen, mit uns sprechen. Und ich denke, das ist etwas, das hat nicht jede Hochschule zu bieten. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und da sind wir auch sehr stolz drauf.